Glaubst du, dass zwei Menschen ihr ganzes Leben lang zusammen sein können? Naja, wir haben schon mehr als die Hälfte unseres Lebens geschafft. Haben wir ein Problem? Ich muss dir etwas sagen. Wünschst du dir nicht manchmal, du könntest noch mit jemand anderem schlafen? Man trifft jemanden, man verliebt sich, es ergibt sich die Gelegenheit. Peter. Ähm, Rave. Rave. Noch ein Schachverrückter. Ja. Ich hab mit ihm gesprochen. Was? Mit ihrem Liebhaber. Du bist abscheulich. Ich bin so wütend. Ich könnte ihn töten. Du machst mir Angst. Das ist nicht richtig, was du hier tust, Dad. Es macht dich krank und es ist fürchterlich. Du bist völlig labil, Dad. Es ist vorbei. Lass es einfach sein. Du musst weiterleben. Nein, nein. Komm schon, Abby. Sie ist weg. Lass mich gehen, Peter. Ich kann nicht. Du musst. Wenn nicht. Du musst. Du musst.